Es hat eine Zeit gedauert. Aber der einzig unerleinige Content-Papst hier auf YouTube hat in die heiligen Hallen des YouTube-Zimmers zurückgefunden. Was ist das für eine Map? Ich weiß nicht, was ich sonst spielen soll. Wie sehen wir denn alle aus? Nee, irgendwann reicht's, Call of Duty. Irgendwann reicht's. Es ist der zweite Weltkrieg, hier fliegen Schmetterlinge rum und die spielen Baseball. Ist es nicht schon genug, dass ich einen Bunteneimer voll Sand als Waffenthalisman hab? Ich dachte eigentlich, ich setze mich nochmal in 4000 Klicks auf dem letzten Video einfach zur Ruhe. Aber nein, MontanaBlack hat sogar wirklich noch, also wirklich, er hat noch einen draufgelegt. Übrigens auf dem letzten Video auch noch 88 Dislikes. Passiv. Ach, ah, for fuck's sake. Also wirklich, er legt halt nach dem Sexismus-Ding noch einen nach. Vor ein paar Tagen war nämlich auf Platz 14 der YouTube-Trends ein Stream-Highlight-Video von ihm. Und auf dieses Video bin ich nicht klargekommen. Er sagt, dass er einen Stream zuschauen, dass er eine bestimmte, sehr verrufene und oft auch gehasste Partei in Deutschland im Ansatz aber nachvollziehen kann. Er sagt aber nicht, um welche Partei es sich dabei handelt. Die Grünen vielleicht? Nicht aber wegen der Ausländerpolitik, die diese Partei repräsentiert. Und ich weiß jetzt in diesem Moment nicht, um welche Partei es sich hier handelt. Weil, ich meine, die AfD ist ja für so viele mehrere politische Sektoren in den Bundestag gekommen, wegen ihrer guten Wirtschaftspolitik. Ja, nein, also wegen ihrer guten Familien. Na, nein, nun auch nicht. Ja, also, na, schon wegen ihrer Ausländer- bzw. Asylpolitik. Man könnte jetzt annehmen, Monte sei vielleicht insgeheim ein AfD-Wähler. Aber, ich kann euch beruhigen, es ist nicht so. Monte geht nämlich überhaupt gar nicht erst wählen. Ist er laut Eigenaussagen noch nie gegangen. Also, ich würde es ja lustig finden, wenn es nicht traurig wäre. Denn Monte sagt, und ich meine jetzt nicht das höchst innovative Format von ihm, Er geht nicht wählen, weil Politiker nicht ihre Wahlversprechen 1 zu 1 umsetzen werden und uns alle eigentlich anlügen und man ihn deshalb ins Gesicht spucken sollte. Wo fange ich an? Politiker bzw. Parteien können ihre Wahlversprechen selten zu 100% durchdrücken. Denn wenn es eine geile Innovation gibt, die im Endeffekt allen gut tut, dann gäbe es die schon und dann würden auch alle Parteien das anbieten und dann wäre es ja kein Wahlprogramm mehr. Parteien bieten also ihrer bestimmten Wählergruppe an, etwas durchzusetzen, was ihnen eben gut tut. Beispielsweise setzt sich die SPD als Hauptwählerzielgruppe für Leute ein, die Arbeitnehmer sind. Also, die SPD sollte das machen. Es gibt halt keine Partei, die sich für alle Einwohner in Deutschland einsetzt. Ansonsten wäre es ja auch viel zu einfach beim Wahllokal. Dann würden ja alle dieselben wählen. Und dadurch, dass es eben immer eine Opposition gibt, ist es relativ schwer, Wahlversprechen 1 zu 1 umzusetzen. Ich meine, ich will einem 30-Jährigen jetzt nicht die Welt erklären. Das brauche ich auch nicht. Ich will einfach nur sagen, dass es ziemlich scheiße ist für Leute, die noch nie gewählt haben, ihnen zu erzählen, dass es nichts bringt zu wählen, weil Politiker ja eh nicht alle Wahlversprechen einlösen können. Also, das, was Monte da potenziell nichtwählern suggeriert ist, geht einfach nicht. Es geht einfach nicht, Alter. Ich weiß jetzt schon, dass es Kommentare geben wird, die sagen, Monte hat doch aber recht, der einzelne Wähler, der kann doch überhaupt nichts machen. Beziehungsweise als Nichtwähler erst recht nicht. Wenn du möchtest, dass sich etwas verändert, aber dir deine eigene Wahlstimme nicht reicht und du meinst, das bringt nichts, dann wäre doch vielleicht selbst politisch aktiv. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist. Es ist deine Schuld, wenn sie so bleibt. Wir fangen an, die Ärzte zu zitieren. Back to topic. Als notorischer Nichtwähler hat man auf jeden Fall keine einzige Chance, etwas zu verändern politisch. Im Gegenteil sogar, man bekräftigt sogar die Leute, die man ja eh nicht ausstehen kann. Also, dass wir die politisch aktiv werden, gilt jetzt für die Leute, die jetzt zugucken. Nicht Montana Black. Ich ziehe die Aussage zurück. Montana Black... Montana Black, du brauchst nicht politisch aktiv werden. Wirklich nicht. Vielleicht ist Montana Black aber auch gar nicht so ein schlechter Bundeskanzler. Ich würde da jetzt kein Trump-Vergleich wagen. Eher Kim Jong-Un. Nee, also ich meine, wenn sowas wie Trump möglich ist, warum nicht auch Montana Black als Präsident? Ich wüsste jetzt noch nicht so ganz, in welche Partei er reinpasst, aber da finden wir schon was. Dies mother fuck. In der Zeit, in der Montana Black schon wahlberechtigt ist, muss es ja schon etliche Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Bürgermeisterwahlen in Buchsehude oder so gegeben haben. Gut, bei Letzterem kann ich schon eher nachvollziehen, warum er da frustriert ist vom Ergebnis der Politik. Bürgermeister in Buchsehude ist nämlich... Ne Frau. Verdammt, er ist tot! Außerdem, jedem, der seine Versprechen nicht wahr macht, ins Gesicht spucken. Dann fragt er einfach mal Massi, wann er seine Autoverlosung machen will. Ja, von der Politik wird man nur verarscht, aber kurz zuvor sagt Monte noch, dass er mit seinen Freunden gern mal wöchentlich in die Spilo geht. Weil, irgendwelche Laster muss man ja haben. Es ist natürlich nichts dabei, wenn man schon mal überhaupt irgendwie mal mit seinen Kollegen in der Spilo war. Es ist dann eher das Regelmäßige, was das ein bisschen weird macht. Ich meine, wie soll sich die Spielothekenbranche überhaupt irgendein Jahrhundert gehalten haben, wenn da mehr als 50% an Gewinnern rauskommen? Egal in welchem Fall, egal in welchem Ort, es gewinnt immer die Spielotheken. Ja, geht aus Langeweile ab und an mal mit seinen Kollegen in die Spilo, aber Politiker verarschen einen nur. Es ist okay, es ist okay. Ich meine, ich verstehe schon, Politik ist anstrengend oder ist recht Demokratie. Also ich meine, jede demokratische Stimme muss auch irgendwie gehört werden. Wenn jeder seine Stimme abgeben kann, dann ist das geil, weil du kannst deine Stimme auch abgeben, aber es ist halt auch schwierig, weil du halt auch damit klacken musst, dass alle anderen ihre Stimme abgeben können. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Ich persönlich finde das ganz geil und ich weiß, dass tausende, wenn nicht Millionen Leute dafür gestorben sind, damit wir jetzt die Möglichkeit haben zu wählen. Und diese Chance muss einfach genutzt werden. Und ich finde es denn schade, dass Montana Black seine Chancen halt nicht nutzt, aber ich finde es noch beschissener, dass er den anderen sagt, ja, das bringt doch überhaupt nichts. Manche werden mich jetzt wahrscheinlich auch fragen, warum ich überhaupt so ein Video mache. Ich meine, Leben und Leben lassen UX Charlie. Monta hat eben seine Meinung. Sorry, aber es ist für mich keine Meinung, wenn man in einem demokratischen Staat lebt, aber nicht wählen geht. Ich meine, so alle positiven Sachen von der Demokratie mitnehmen, aber die ganzen negativen dann anderen in die Schuhe schieben und sagen, ja, die Politiker, die sind dafür schuld, dass ich nicht wählen gehe. Das finde ich halt persönlich zu einfach und ich hoffe, ihr denkt auch so. Ich weiß halt auch, dass viele Leute da draußen eben noch nicht richtig differenzieren können und als Recht noch keine eigene Meinung überhaupt haben. Und ich fände es einfach schade, wenn sich eine meiner Meinung nach unüberlegte Meinung bei diesen Leuten eben festigt. Ich möchte euch aber auch nicht meine Ansichten aufzwängen, sondern einfach nur eine zweite Meinung bieten. Und sicherlich bin ich dadurch wahrscheinlich auch ein Dorn im Auge von YouTubern, die sich ihrer Vorbildfunktion entziehen möchten. YouTubern, die asoziale und auch sexistische Äußerungen einfach so in Livestreams tätigen und einfach sagen, ja, ich bin ja kein Vorbild und das ist ja einfach nur meine Meinung. Und wahrscheinlich bin ich auch ein Dorn im Auge von YouTubern, die das letzte Mal bei einer Klassensprecherwahl gewählt haben. Aber um welche YouTuber es sich hier handelt, das verrate ich nicht. Many men wish to acquire fame for the wrong reasons. Fans telling me never change, but it's hard to fight the seasons. They hear me on the radio and now they yelling treason. Cause logic giving the mainstream verses like Ephesians.